In der niederbayerischen Benediktinerabtei Metten kann sich der Gläubige fühlen wie ein Fisch im Wasser. Bei Kunst und Krempel taucht nun aber einer auf, den alle Fische fürchten müssen, ein Angler. Was ihn betrifft, fischen seine Besitzerinnen noch weitgehend im Trüben. Wieso ist der so schwer? Sie sind nicht zufällig aus Fischerdorf? Nein, aber ich hab Fischl. Mama wollte jetzt einfach mal schauen, was er wert ist. Interesse halber, was er wert ist. Es könnte sein, vielleicht so 700 oder viel mehr, das weiß man nicht. Er hat eine Signatur, Moro, also einen französischen Ursprung. Vielleicht ist es sein gängiger Name, vielleicht ist es aber auch ein Krempel. Aber wir haben es nicht rausgekriegt. Grüße Gott, die Damen. Sie haben uns eine Bronzefigur von einem Knaben mit Angel mitgebracht. Erzählen Sie doch, wo haben Sie die Figur her? Also die Figur stammt aus dem Nachlassen meines Vaters. Der war ein begeisterter Sammler antiker Fischereiobjekte. Und so viel wir wissen, hat er sie selbst in einem Antiquitätenladen gekauft. Wo wissen wir nicht, so circa um Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre. Und wo kommen Sie her oder wo kommt Ihr Vater her? Mein Vater war aus Plattling, also gebürtig nicht, aber viele Jahre hat er dort gewohnt, hatte dort im Keller seines Hauses diese Fischereisammlung sehr ausgeprägt. Und dieser Fischerpuppe ist noch übrig geblieben und wir wissen nicht so ganz genau, wo er her stammt. Wir haben also keinerlei Informationen, keinerlei Expertisen über diese Figur. Und das würde uns interessieren, genau. Dass es ein Knabe ist, das ist ganz offensichtlich und er hat eine Angel in der Hand. Knaben, die angeln, das kennen wir von früher, das kennen wir von heute. Das ist ein Hobby, das führt zu Gelassenheit und genauso gelassen ist, dieser Knabe dargestellt. Er scheint an einem Gewässer zu stehen, hat einen großen Hut auf dem Kopf, der ihn schützt vor der Sonne und ist ganz bei der Sache. Er hat das Gesicht nach unten gesenkt und da sieht man, er hat in der Hand schon seine Trophäe. Er hat einen Fisch aus dem Wasser gezogen und ist dabei, den Haken aus dem Maul des Fisches zu operieren. Und wenn wir von da noch weiter nach unten schauen, dann sehen wir an der Hose am Gürtel einen Krug. In diesem Krug hält er den Köder oder die Köder und kann damit gleich die Angel für den nächsten Fang fertig machen. Er steht ponderiert, das heißt mit Stand und Spielbein, sehr, sehr gelassen, sehr schön auch. Er steht auf einem Sockel, man sieht das, der Gestein oder ein Wiesenplateau andeuten soll, also am Rande eines Gewässers und zeigt sich in Versonnenheit, in Gelassenheit. Angeln macht gelassen, aber wenn man die Figur anschaut, dann ist das auch schon ein Sinnbild der Gelassenheit an sich. Ich habe ihn vorhin schon mal gedreht, den Knaben, und wenn ich das nochmal tue, dann sieht man, dass er auch eine Signatur trägt. Nämlich hier an diesem Felsblock, auf dem das Spielbein steht. A. Moreau. Da fällt einem einer der großen Bronze-Bildhauer der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts ein. Louis-Auguste Moreau, der in Paris gearbeitet hat und einer von den Bildhauern war, die in der Zeit nicht die großen Denkmäler geschaffen haben, sondern eher im kleinen Format tätig war zur Ausstattung von Salons, hat grazile, nackte Damen gemacht, Liebespaare. Das war eher etwas für den Herrensalon. Der angelnde Knabe, das konnte dann auch die Frau vielleicht in ihrem Salon aufstellen und hat damit die Besucher beeindrucken können. Okay. Und auch, weil die gehören ursprünglich sicher nicht dazu. Die angelnde Sicherheit. Der Federbusch, wenn ich den jetzt nochmal drehe, dann ist der aus Gips gemacht oder aus irgendeinem Material und hingeklebt. Also in jedem Fall ist er nicht aus Bronze, zumindest sieht es so nicht aus. Es ist sehr schwierig zu sagen, irgendwie schaut er angeklebt aus, aber vielleicht ist er auch nur so komisch bemalt. Das ist nämlich das Interessante an der Bronze, dass verschiedene Farben drauf sind, was ja relativ ungewöhnlich ist. Also man hat versucht, diese Figur farbig zu gestalten. Wir haben also einen Federbusch, der weiß ist. Wir haben Haare, die schwarz sind. Wir haben ein kurzes Hemd, das ist dunkel. Eine grüne Hose, wenn wir weiter runtergehen. Das sind alles so Dinge, die findet man eigentlich so früh seltener. Das geht mit verschiedenen Chemikalien einher, die man anwenden muss, um die Bronze, das Material so einzufärben. Zum Teil kann man das auch mit Bemalung machen, mit sogenannten Kaltemail. Aber im Normalfall findet das in der Zeit von Moro nicht statt. Wenn ich mir jetzt die Qualität der Zisilierung, wenn man mal auf die Füße, wir sehen hier die Zehen recht gut. Wir können das dann auch an den Händen vielleicht mal festhalten, dass diese Dinge sehr, ja sage ich mal, rudimentär gemacht worden sind. Also würde ich mir denken, dass wir hier einen Imitator von August Moro haben, der versucht hat, in der Nachkriegszeit ein dekoratives, schönes Objekt zu machen. Was als Dekoration durchaus sehr attraktiv war. Und als solches müssen wir das verstehen. Sie sagen, Ihr Vater hat es in den 70er Jahren erworben. Sehr, sehr viel früher ist es wohl nicht entstanden. Und jetzt müsste man zum Preis kommen, wenn man den Preis festlegt. Moro verkauft sich heute, ja auch im Bereich zwischen 300 und 1000 Euro entsprechend. Und diese Figur würde ich dann in dem entsprechend zwischen 150 und 200 Euro ansetzen als dekoratives Objekt. Leider können wir da nicht mehr rausholen. Hübsch ist sie. Ich glaube, es gibt bestimmt jemand, der, wenn Sie es nicht mehr wollen, wird sich auch jemand finden. Bin ich ganz sicher. Es ist schön, dass Sie es uns gebracht haben. Auf Wiederschauen. Gute Heimfahrt. Herzlichen Dank. Danke. Wiedersehen. Herzlichen Dank. Ich habe schon ein bisschen mehr erwartet. Ja, aber gut. Mein Gott. Jetzt muss auch einen Krempel haben. Jetzt wissen wir Bescheid.